Und in diesem Video geht es um Windows Phone 8. Ja, das hat Microsoft soeben auf einer Keynote, na gut, nicht Keynote, eher gesagt auf einem Event vorgestellt. Und ja, darüber möchte ich in diesem Video mit euch sprechen und euch einfach mal die Neuerungen zeigen. Windows Phone 8 ist das neue Betriebssystem, was unter vielen Smartphones läuft und wird im Herbst 2012 erscheinen. Es ist der Nachfolger von Windows Phone 7 und ist kompatibel mit Smartphones von Huawei, Samsung, HTC und Nokia. Schauen wir uns nun erstmal die Neuerungen an. Mehrkernprozessoren. Windows Phone 8 unterstützt in der Zukunft nicht mehr Single-Prozessoren, sondern auch Prozessoren mit zwei oder mehreren Kernen. Dabei arbeiten sie zusammen mit dem Handyhersteller Nokia. Höhere Auflösung. Die nächsten Windows Phone Smartphones haben nicht mehr eine 600x480 Pixel Auflösung, weil bekanntlich Geräte wie Smartphones wie es von Apple oder Samsung da eine viel bessere Auflösung haben. Daher sollen sie eine Auflösung von 1280x768 oder 1280x720 Pixel aufweisen. Die neuen Windows Phone Smartphones kommen mit der NFC-Sharing-Funktion. Das ist die Near Field Communication, die zum Beispiel Samsung bereits mit ihrem Android-Betriebssystem anbietet. Apple leider noch nicht, worauf, ähm, darüber waren viele, ähm, etwas enttäuscht beim neuen iPhone. Ähm, auch eine Passbook-ähnliche App namens Wallet, ähm, gibt es nun im neuen Windows Phone 8. Ähm, wer nicht weiß, was Passbook ist, das ist etwas, ähm, womit man zum Beispiel, ähm, Flugtickets oder andere Eintrittskarten oder sowas kaufen kann. Und hier soll Wallet Mitglieds-, Kredit- und EC-Karten- sowie Flugtickets verwalten. Das Ganze kommt in Kombination mit einer Secure-SIM-Karte und soll zudem das Bezahlen mit dem Smartphone einfacher machen. Und, ähm, das hängt halt mit der neuen Near Field Communication zusammen. Machen wir weiter mit der nächsten Neuerung, und zwar ist das die neue Karten-App. Neben Apple hat Windows Phone nun auch eine neue Karten-App vorgestellt. Und der Arm und drin soll die neue Karten-App Turn-by-Turn-Navigation und Offline-Navigation bieten. Es gibt einen neuen Startbildschirm, und zwar sind das die Live-Tiles. Äh, was man darunter versteht, ähm, zeige ich euch jetzt, äh, erkläre ich euch jetzt, ähm, einfach mal. Das ist meiner Meinung nach die größte Neuerung in Windows Phone 8, die, ähm, es in keinem anderen Smartphone gibt. Und zwar im Gegensatz zu dem Log-Screen von, ähm, iOS zum Beispiel, wo man eigentlich nur die Uhr sieht und den Entsperr-Slider und sonst nichts. Hat man hier, ähm, Widgets zum Beispiel, also Live-Widgets, diese Live-Tiles. Und das sind halt, ähm, eher gesagt so kleine Live-Applikationen. Das heißt, man kann Live-Anwendungen ausführen auf dem Home-Screen. Und zum Beispiel kann man darüber Facebook benutzen, ähm, Mails, ähm, schreiben, Mails lesen. Äh, man kann Nachrichten schreiben, also, und auf Nachrichten antworten und vieles mehr. Wenn man zum Beispiel sagt, nee, ich brauche jetzt aber kein Mail, kann man die, ähm, Mail-Anwendungen auf dem Log-Screen auch einfach kleiner machen. Und, ähm, die beliebig verschieben. Also Live-Tiles ist wirklich eine riesengroße neue Funktion, ähm, was auch so der Hauptpunkt dahinter ist. Und, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt das noch bei keinem anderen, ähm, Smartphone-Betriebssystem. Und das macht wirklich den Haken aus. Hier haben wir noch ein Video von YouTube, ähm, das verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne angucken. Machen wir weiter mit den nächsten Neuerungen, und zwar ist es der Internet Explorer 10, ähm, der als Internetbrowser dort integriert ist. Und der kommt mit neuen Sicherheitsfunktionen. Erweiterter Speicher gibt es nun in den Windows-Phone-Handys auch. Und, ähm, Windows-Phone, äh, Windows-8-Kernel, das, ähm, macht das, dass von Windows-Phone 8 und Windows-8, ähm, die Anwendungen und Spiele, ähm, immer parallel und, beziehungsweise identisch aktualisiert werden und erscheinen werden. Und das bietet halt Programmieren, ähm, das Ganze einfacher zu machen. Und damit soll der Applikationsmarkt auf, ähm, Windows, auf dem Windows-Phone 8, ähm, erheblich verbessert werden. Denn bisher gibt es im Windows-Phone-Betriebssystem nur 120.000 Applikationen. Äh, hört sich zwar jetzt eigentlich viel an, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn zum Beispiel iOS, ähm, hat im App Store, glaube ich, über 650.000 Applikationen und, ähm, das ist ungefähr fünfmal so viel. Ja, hier nochmal eine kleine, ähm, Neuerung und zwar kein Zune-Zwang mehr. Und zwar werden die Updates, ähm, also verschiedene Updates in der Software, werden jetzt over the air, ohne Verbindung mit dem Computer installiert. Ähm, kann ich nur sagen, ist eigentlich von Apple geklaut. Denn das iTunes-WLAN-Syncing hat Apple schon seit iOS 5 und schon seit, ähm, jetzt über einem Jahr. Ähm, ist aber schön, dass Microsoft nun mit dieser Funktion auch nachzieht. Aber sowas wie, ähm, ja, drahtloses Synchronisieren ist momentan bei den Smartphones sowieso klar. Kommen wir zur Skype-Integration. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ähm, Microsoft hat, ähm, vor kurzer Zeit, ähm, mit einer hohen Geldsumme Skype übernommen. Daher wurde das soziale Netzwerk Skype nun in die Software integriert. Sollte Apple vielleicht auch mal machen und mit Skype-Kooperation schließen, dann hätte Apple nämlich ein drittes soziales Netzwerk in ihrem Betriebssystem. Weil, äh, das drittgrößte soziale Netzwerk der Welt ist ja eigentlich Google Plus. Aber, äh, das wird Apple nicht mal in 100 Jahren dort reinstellen. Na gut, aber es geht jetzt nicht um Apple, sondern um Windows Phone. Ach, das ist auf jeden Fall schön, dass Skype jetzt integriert ist. Business-Funktion, die ist nun auch neu. Und, ähm, die bietet, ähm, den Nutzern unter anderem die Geräteverschlüsselung und noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, ähm, gibt es dort auch das Kids Corner. Hier können Eltern, bevor sie das Smartphone mit den kleinen Kindern geben, äh, den kleinen Kindern geben, einstehen, was geöffnet werden kann, ob man Videos schauen darf und welche Apps benutzt werden dürfen. Dann Kids Corner sollen Eltern ihre Kinder sorgenlos mit dem Handy spielen lassen können. Ist sowas wie ein Jugendschutz. Kennt ihr wahrscheinlich schon von allen Macs und PCs. In, ähm, iOS gibt es sowas auch mit der Einschränkungsfunktion. Ist dort schon, ähm, jahrelang dabei. Schön, dass, ähm, Microsoft nun hier auch nachzieht. Ähm, da, ähm, gibt es noch eine neue, ähm, Familienfunktion, die neu in Windows Phone 8 ist. Und zwar heißt diese Rooms. Dadurch soll das System noch persönlicher werden. Der Nutzer kann hier Gruppen bzw. Räume mit Personen einrichten, für denen er bestimmte Inhalte teilen will, wie Kollegen oder Familie. Daran enthalten ist ein Kalender, ein Chat, Foto und Notizen sowie eine To-Do-List. Alles synchronisiert mit den Personen in der Gruppe. Der Kalender, der wird übrigens, den kann man übrigens auch auf dem iPhone austauschen. Ähm, bei Apple gibt es sowas ähnliches. Allerdings nur für Fotos. Und zwar eine Shared-Fotostream aus iOS 6. Ähm, hier wird es halt nochmal viel erweiteter, viel ausführlicher. Und, ähm, ich nehme dann auch an, viel besser. Dort sollte Apple meiner Meinung nach auch mal nachlegen. So, das waren größtenteils Neuerungen. Es gibt noch ein paar kleinere Neuerungen, wie zum Beispiel das Datasense. Die App soll helfen, mehr aus den vorhandenen mobilen Datenvolumen herauszuholen. Das Feature komprimiert Webseiten, gibt einen Überblick über den Verbrauch und sucht Wi-Fi-Hotspots in der Nähe. Und, ähm, damit soll man fast 50% sparen. Und, ähm, SkyDrive wurde nun auch weiter ausgebaut. Ist ein, ähm, ja, Cloud-Dienst, der so ähnlich ist wie iCloud. Und hier lassen sich Dokumente und Sprachnutzen zwischen Computer, Tablet und Smartphone austauschen. Ähm, sowie Xbox-Playlisten, denn diese können auch synchronisiert werden. Für jeden Nutzer, ähm, liegen dort 7, äh, stehen dort 7 Gigabyte, ähm, Speicherplatz in der, im SkyDrive zur Verfügung. Das sind 2 Gigabyte mehr als bei iOS. Kommen wir nun zu meiner persönlichen Meinung. Ähm, Windows Phone 8 wurde wirklich durch viele, viele, viele neue Funktionen erweitert. Und, ähm, ich bin eigentlich begeistert davon. Bei iOS 6, also der neuen Software von Apple, war ich ja ein bisschen enttäuscht. Ähm, bis auf die Karten, der wird uns ein paar Neuerungen, weil Siri, ähm, waren das eigentlich wirklich nur minimale Funktionen, die dort neu hinzugefügt wurden. Hier werden wirklich viele große Funktionen, wie zum Beispiel, ähm, die Live-Teils hinzugefügt. Und damit, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Windows Phone 8 nun auch, ähm, im Rennen dabei ist, welches das beste Betriebssystem für Smartphones ist. Ähm, vorher haben sich immer iOS und Android gestritten, wer jetzt besser ist. Jetzt könnte, ähm, ja, Windows Phone 8 der lachende Dritte sein. Ähm, ja, damit war es das von diesem Video. Ihr könnt gerne eure Meinung zum neuen Betriebssystem Windows Phone 8 in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst doch vielleicht ein Abo da, damit ihr keine weiteren Videos auf meinem Kanal rund um Technik verpasst. Und, äh, ja, wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Ciao, Leute, euer Jarek Profi. Und, äh, ja, wir sehen uns dann in den nächsten Videos.